Auf der FUTLM und ALS, wir tun die Freizeit. Auf der FUTLM, Mönchentour, Schimmelab. Zeig, Holbeck. Elinanz. Fröhle, wir haben nicht mal Winter. E1, E1, rotate. Positive, great. 400. BD33S, Kontakt mit dem Radar, 123.99, guten Flug, tschüss 123.99, BD33S, bis wieder, tschau 1.000 also, cleared to a level Ach du dummer Tracker, ja, bleib da Ich beweg den Kopf nicht, aber er bewegt sich weiter Offensee, 7.5, Windbahn 9, 0.25, flammet 6 Speed check, Flaps 1 selected WD33S, passing 3500, climbing level 70 Flaps 1, Hotel Charlie, nach Contact Tower, 1180, December 7, see you Flaps 1, Hotel Charlie, determine, image level I think Flaps 1, Global Air 3, 300, los, also gibt the machine WDR, identified, continue, climb flight level 190 Flaps 1, Global Air 3, 30 Level 190, Standard Check, Set Also, dann Alpha-Take-Off, zack, auf, 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 ist ein kurzer Flug, wir dürfen im Service anfangen, wir könnten nachhaltig aufreiten, Speed-Track-Flaps up-selected, why not? Speed-Track-Flaps up-selected, Merci direkt Merci, Private Air 332, danke Na dann Mention Radar, schöner guten Abend, Austrian 75, passing 5000 for 7000 Merci, Direct Monsignor 75, Servus, die mit den Radar, identified, Cartier-Flap-Label 190 Continue Flight-Label 190, turn 75 597, contact Tower 118.7, Ruf 133 Tower 118.7, vielen Dank, schönen Abend, Lufthansa 597 Heavy Lufthansa 6IE Vouooh Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Landing light off Wing off Ah, in der Leipzig Air. Wieder noch keine Frames hier. Ah doch, ich habe doch 27. So, wir müssen den nächsten Flug vorbereiten. Jetzt gehen wir erstmal ins nächste Dokument rein. Wir erwarten Negra One Alpha Arrival. Wir müssen gucken, welche Landebahn in Use ist. Dann tun wir es mal. ATS von Zürich anfordern. Request Watzel ATS. Ja, also departure runway 28 and 16 arrival runway 14. ILS Approach. Cool, also dann gibt ILS 14. Kann aber auch sein, dass ich umstellen. QNH ist auch hier. One Zero 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 Zero. Three Two Five Five Private Air Three Three Zulu. Bis gleich. E RHゴT. Three Two Five Private Air Three Three Zulu. Climbing Level one nine zero. Two Rafat. Three Two Five Five Private Air Three Three Zulu. occupy heureuse XT. And the water on this side. Continue. PNH Arashi. Nrhii. 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 Gucken wir aus dem Wolken hier raus. Ja, das war mal cool. Sehr hübsch. Auf Transa 5, Tango Whiskey, wünschen wir den Abend. Identified. Declariert Anora 3 Alpha Arrival, Descant 5 Level 150. Er ist da und auch jetzt, ja. Declariert Anora 5 Whiskey Arrival, Descant 5 Level 150. Descant 5 Level 150, Descant 5 Level 150, Descant 5 Level 200. Climb Level 400, Private Air 3, Descant 5 Level 200. Ein bisschen arger muss sein. Descant 5 Level 200? Ja natürlich, 200. Jack, Descant 5, Tango Whiskey, geht Anora 3 Alpha Arrival. Also, dann, Anti-Eis coming off, Seatbelts off. Anora 3 Alpha Arrival for All of Transa 5 Level 150. Und dann... Also, Zürich Arrival, Islas 1 4, Via Amiki, und Negra 1 Alpha. Execute. Gucken, ob die Wege gut stimmen. Negra, Marpfiff, Amiki, Zürich East, 701, Trasadingen und dann aufs Final. Gucken, ob es stimmt. Gucken, ob es stimmt. Also, Harvard, Negra, Mativ, Amiki, Alamax. Achso, Amiki. Und dann muss ich auf die andere Karte wechseln. Gucken, ob es stimmt. Gucken, ob es stimmt. 1 to go. München Radar, guten Abend. 1, 3, 5. Und wir dürfen das Minimum nicht vergessen einzudrehen. Okay. Private Air 3, 3, Zulu, report. Private Air 3, 3, Zulu, 300 knots. We can increase. Any bus maintaining speed, 300 or greater update. Okay, 300 or greater. Private Air 3, 3, Zulu. Nope. Aunt 1, elaen aufs item. Pfe Artrol 4, Explosions, ausителien, pleasant. 16.02 ist das Minimum 16.02 16.02 ist vorbereitet 16.02 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 15.02 16.06 16.02 17.03 17.10 18. aircraft Also machen wir auch gleich mal hier 3.30, dass der Flieger im Ziegenflug nicht abbremst und der uns aufläuft. Das wollen wir nicht. Dann noch hier die Landung vorbereiten. Landebahn ist lang, da können wir die Flags 30 nehmen, 5 Knoten, Frequenz stimmt, Kurs stimmt. Also hier Osnum, 4.000 ft, dann R-14, missed approach, straight ahead, left, north, intercept, course, 0-5-2-0-E, und dann am Miki. Initially, wir climb 4.000 ft und maintain. Und wir will only climb higher, after, also. Climb 4.000 ft, straight ahead, add the Mi-5.1 of the ILS, pass the station, turn left, speed to 10LS, track north, intercept 0-5-2, track to Zürich-E, add the Mi-7.8 of Zürich-E, VOR, Private Air 3.30, contact Swiss radar, 128.0-5-0-Jews. 128.05 bis später, Private Air 3.30. Continue climb 7.000 ft, und der 7.8 ist, ja eben, da wo man das inbound, das radio inbound intercepted, okay, bast. Muss ich mal kurz den Schweizer rufen. Private Air 0, Private Golf, proceed direct, Dominic, Golf, Oscar Mike, E-7. Achso, ich hab für das Akers drauf, sag noch was. VOR, Dominic, 9-0-Jews. Ne, ich hab kein Geld zugewiesen bekommen, bisher nicht, ne. Keine Ahnung, die werden mich wahrscheinlich im Süden, da so bei Bravo, irgendwas parken in Zürich. Information Romeo. 64, 64, Swiss radar, Scrooge 67, 64. 67, 64, coming. Swiss radar, GUTA, BIG, Private Air 3.30, ZULU, Level 200, to RAVET, Speed 330 knots. Private Air 3.30, Swiss radar, hallo, cleared, Negra 1.0-Alpha, Private Air 3.30, is it still runway 1.4 news? A5. So, jetzt muss ich den nächsten Flug vorbereiten, dass wir am Boden nicht viel Zeit verplantern. Also, E-Dead Flight... Also, 33 Mike, sind wir auf dem Rückweg, wir fliegen von Zürich nach E-DDM. Alternate nehmen wir Nürnberg, zack. Fuel stations with 135, Whisky, with radar, Scrooge 67, 65. 67, 65, Swiss, 21, 38, Whisky. Oh, der Rest müsste eigentlich stimmen, runway 28 for departure, yeah, and landing runway 26 left, yeah. Extra fuel 15 Minuten, ja, das stimmt so. Und das ist unsere Departure, Co... Ah, kurz, ich bin zur Route, Kopieren, Analyze, Generate OFP, ja. Cool. Flug ist vorbereitet. Ich muss noch, genau, die Dateien sind schon geraten worden, die Dateien für das FMS, sehr cool. Dann kann ich den SIM-Briefloader killen. Wunderbar. Wie weit sind wir hier, mal gucken, ja. Und, ja, das stimmt so, das passt so. Private Air 330, Descend Level 1, correction, 130, low speed, 6. Free speed, Level 1, 30, Private Air 330. Immer auf dem Highspeed, also. Riner 2, Alpha, 10, left heading 320, Kali-Bag for low. Green speed, 3, 30 knots, und wir gehen mal runter mit 1000. I Kali-Bag for low, please. Wir sind auf dem, 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 auf dem. Wee 6, 2, Charlie-Golf, das ist bei der Hallo, report passing altitude. 6,2, Charlie-Golf, bei 35, 500. E362JG, identified, climb to flight level 1, correction, 240, 240, thank you, CharlieGolf. Private Air 33Z, contact Zurich, arrival 135.225, goodbye. 3522, Private Air 33Z, bis später. Dein Air 2 Alpha, descent 4000 feet. Dein Air 3 Alpha, descent 40 feet. The route from Zürich to München and back, there is a loop on the line. Arrival to Arabic, Private Air 33Z, descending level 130, information Romeo. Papa Uniform on lineboard, left heading 360. Left 360, uniform on lineboard. Private Air 33Z, good evening, descent flight level 90, direct tracing in Tango Romeo Alpha. Direct Trasar level 90, Private Air 33Z. Also direkt nach Trasadingen, zack, nach oben, execute, activated. Und wir haben jetzt noch ungefähr 60 Meilen bis zum Aufschlag. Die Elevation ist 1400 Fuß, also wir machen mal rund 1500 Fuß. Ähm, wir sind auf 17, 18, das sind dann 16, 5. 17, 5, ne 16, 5, das sind, ähm, ja. Mhm, mhm. Sind wir ziemlich gut auf dem Profil drauf. Wir haben eine Ground Speed von vielen Knoten. Da braucht man eine leicht höhere Vertical Speed von 2000. Speed 210 knots. 21, 7, 7, 7, 7. Autobrake lassen wir aus, weil die Landebahn ist lang und wir wollen da gemütlich abbremsen. Mit reverse, oder? Nehmen wir eins? Ja, wir nehmen eins. Hotel Dalt Alpha, on navigation direct to Wilisau. Da ist Wilisau, on navigation direct to Wilisau. Da ist Wilisau, on navigation direct to Delta Alpha. Das ist der Wind. Barsal 0 dann gehen wir rausFindig. Hotel 1, maquet und dann Hotel... Hb, in die von November, term right heading 120. Wight 11, 7, 8. Hb, in die von November, Kontakt final, 125 Fisimil 325, call sign only. Next der Karte. 14325, 15325. Dann kommen wir dort aus, auf Echo, oder FoxDot. und dann wahrscheinlich werden sie uns irgendwo hier parken, im Dockbravo. Oh, Wolken. Bitte einmal Anti-Eis. Arrival Goodenobig, FedEx-49er Tango, Degas 2 Whiskey 3600, climbing 5000. FedEx-49er Tango, so departure identified, climb 6000 feet, passing 5000 left, direct Degas. Climb 6000 at 5000 left, direct Degas, FedEx-49er Tango. Hotel Charlie Lima, descend 6000 feet, QNH 1008. Descending 6000 feet, QNH 1008, Hotel Charlie. Auto 33 Z, descend 7000 feet, QNH 1008. Descending 7000 feet, QNH 1008, Private Air 33 Z. Zum Glück hat es gerufen, weil ich hatte gerade, ich hatte sogar vergessen, in den Level 90 einzudrehen. Ups. Also, New QNH 1008, set 7000 feet, set. Eben, das passiert, wenn man nicht strikt die Prozedur einhält, dann passt es zum Schluss. Climing Level 120, FedEx-49er Tango. Darum achten wir also sehr darauf. So, also, Speed 250. FN 455, Gupen A, Stump-Borange, Degas, Degas. Dann können wir hier... LNH 455, hello, class 6000 feet. Zürich Approach, good evening, Austria 75, passing flight level 160 for flight level 130. Ausland 75, Zürich, arrival hello, direct Rasslingen Tango Romeo Alpha, descent flight level 90. Direct Tango Romeo Alpha, descent flight level 9000, Austrian 75. Private Air 33 Z, in seconds behind the PC 12, speed now 210 knots. Private Air 34 Z. Private Echo, G7 5C, on the gravel level 9000. 5C, Schnell Lay, go to the front level 12, front level 11. FN 100, G7 5C, Charlie. FedEx-49 on Tango, contact service radar, 128.05. 8205, stream in all big FedEx-49 on Tango. LV-455, turn left, LV-360, turn left, LV-360, turn left, LV-360, turn left, LV-455. LV-667, take us to Seattle. LV-667, departure, identify. Maintain 5000 feet, Virginie. Maintain 5000, 667. Hotel Charlie Lima, contact final, 125.325, call sign only. 125, 325, Hotel Charlie Lima. Private Air 33 Zulu, descend 6000 feet. Descent 6000 feet, Private Air 33 Zulu. So, jetzt wird's spannend. KLM-57, turn left, LV-360, descend 6000 feet, QNH-1008. Na gut, da können wir noch die Klappen rauswerfen. Private Air 33 Zulu, fly heading 270, contact final, 125.325, call sign only. Heading 270, 125, 325, Private Air 33 Zulu, ciao. Zuri final, gut Arbic, Private Air 33 Zulu. Private Air 33 Zulu, identify, dialer, runway 14. Islas 14, 33 Zulu. στäre Technik, kurzen sind diese Flugzeuge an humanos. destruction, kapitel 7,ажи aufgrund des Sensors d Der Flieger hat nicht von selber die Gassebe zurückgenommen auf Leerlauf, als ich ihm Level-Change gegeben habe. Ist das realistisch? Müsste ich mal um eine 737 Spezies fragen. Ja klar, Delivery, ja. Aber ich bin sicher, wenn die hören, dass jemand Delivery nachgebaut hat, dann werden die euch die überlassen noch, die offizielle. Ja, well, Speed 210, we can't expedite much, we descend 5000 feet, Private Air 330. Okay, now Speed level and heading 230 degrees, Private Air 330, merci. Dann geht's runter. Sehr gut, dann freue ich mich auf die Harpaglight 778. Ich hab dich, glaube ich, auch gesehen vor zwei Tagen, als du ihn fragen verstandest, als ich controlled habe, ne? Could you repeat frequency, Hotel Charlie? 1181. Water Charlie Lima, Kontakt Tower 118.1, and if possible, 164. 1181, Fox 1. Okay, machen wir hier, Flats 5. Okay, machen wir hier, Flats 5. Keine 57 Charlie, mit dir. 5.7 Charlie, Reiter 110. 111, zero Keine 57 Charlie. 111, Keine 57 Charlie. 111, Keine 57 Charlie. Continue descent 4000 feet, therefore die Arras, runway 14. 74, Keine 8, Arras 14, Keine 57 Charlie. Private Air 33, Zulo, 40 Cent. We're going to make it to Osnab 4000. Expect to cross the localizer and intercept from the other side. Private Air 33, roger. We're going to make it to Osnab 4000. Actually 330, if you say so, left on 160, cleared for the Arras, runway 14, descent 4000. Name 14455, feeding 310, speed. Let's go. Left heading 160 degrees, descent 4000 feet, Islas 14, Private Air 33, Zulo. Okay, Align 57, Charlie, speed 180 knots. Speed 180 knots, Keine 57, Charlie. Lufthansa 455, identify die Arras, runway 14, left on heading 273, Zulo. Nails, we go. 271, Zulo, front of 455. The lock green, glide slope armed. Okay, let's go. Lufthansa 455, descent 5000 feet, no more. Break, break, KLM 57, Charlie. Continue, descent 4000 feet for the Arras. Set 455, descent 5000 feet, no more. Lufthansa 455, descent 5000 feet, no more. Break, KLM 57, Charlie. Continue, descent 4000 feet for the Arras. Established. On the localizer, Private Air 33, Zulo. 33, Zulo, thanks a lot for your collaboration. Contact now, Tower 118.4, bye bye. No problem, 118.1, Private Air 33, Zulo. Gibt's off ground, gucken, on the list here. Swiss apron, currency 12175. 718, information zero on board, 3X5, clearance to Munich. Du bist auf Tower, hapergleit. Advoid 778, apron on 121.75, please. Also, glaselope green, 4000 feet set. Tower good, Arbic, Private Air 33, Zulo, LS14. Private Air 33, Zulo, Zurich, Dabic, good evening. Continue approach, number two, expect late line clearance. Continue approach, we're slowing down. Private Air 33, Zulo. Done. Gear down. Shamrock 768, initial climb altitude, 5000 feet. Arrival on 135, 2225. Speedbrake armed, green light. Put a level on 5000 feet and over to arrival 12, 135, 2225. Speed check, flaps 15. 1000. Tower road in 57, Charlie, with you. Zurich Tower, good evening. Continue approach, number three, expect late landing clearance. On the flaps 30, landing flaps. Number three, expect late landing clearance. Skyline 5, 7, Charlie, now. Landing checklist, gear down, three greens. Flaps 30, green light. Auto brake one, and speed brake armed. Not clear to land yet. I thought I would have answered. I didn't forget. I didn't forget. Landing lights on. Landing lights on. Auto Charlie Lima, vacate hotel one. Alpha gate in hotel one. Private Air 33, Zulo. Proceeding traffic, part vacate, wind is variable. 2 knots, runway. 1, 4, cleared to land. Runway 1, 4, clear to land. Private Air 33, Zulo. Malta 2648, wind is variable. 2 knots, runway 28, cleared for takeoff. 648, could we take off runway 28? Ohlala. Red Netherlands 5, 7, 5, behind. Slightly high, correcting. Runway 28, line up 28, and wait behind. Lining up the way, the way behind. Head Netherlands 5, 7, 5. Right now. Approaching minimums. 2, 5. 2, 4, cleared to land. 4, 5, 5, good day. 내면 der miemomst. Deshormway 1, 4, cleared to land. 1,2, cleared to land. 4, cleared to land. 1,2, cleared to land. 4,5, cleared to land. 1,3, cleared to land. 3, 2,1. 4,4, cleared to land. 5, 4, 5, 5, continuing approach number 3. Come on, grease it, baby. 1,2, 3. So, das war jetzt aber hier hingebuttert, mit einmal die Landerate, ich sehe es ja nicht. Okay, nicht so schlecht. Rival Reverse, und Vacating Hotel 1. Oh, die Frequenz von der Stimme. Da ist noch die PC-12. Private AR-3455, April 121.075. 121.075, Private AR-330. Standard 455, Freilist. To Clearance, Munich, Degas, 2 Whisky, departure on 28, walk 6702. Clear, Munich, Degas, 2 Whisky, departure on 28, walk 6702. Havagloid 778. Read back, corrective, 4 ready for push and start. I will report, Apple Cloud 138. April go to Arbic, Private AR-330, Hotel 1. Private AR-330, Zulu, apron, hello, taxi Juliet, hold short of 28, and journey standard west. Taxi Juliet, hold short of 28, and yeah, normally we are on the Bravo Pier, I think. Hotel Charlie Lima, contact Tower 118.1 for Tross. Contact Tower 40702. Lot 420, Tower 118.1, provide. Tower 118.1, Lot 420, flink here, goodbye. Green proton, correct? Okay, it's still happening, so. What's interesting? I don't care. It's the last one, maybe if they are there. What's interesting? It's funny. That's funny. He's doingsaying one of the other two sides, so nicht schlecht halbe stunde flugzeit so, schonmal den Start vorbereiten die schalten wir ab, da vorne ist die PC-12 3.0, contact Tower 118.1 for crossing Back to Tower 181, Private Air 3, 3.0 2.1.75 Tower Logan, Private Air 3, 3.0 holding short, 2.8 Hotel Charlie Lima, crossing 2.8 on Juliette is approved after crossing 1.2.1.75 crossing 2.8 approved at Juliette and after crossing 2.8 contact around Hotel Bravo for Charlie Jet Netherlands 505, initial train altitude 5.000 feet, arrival on 1.35.225 1.35, 2.25, thank you, bye bye 1.35, 2.25, thank you, bye bye 1.455, VKW 1.45 1.455, VKW 1.455 Lufthansa 4.455, coming April 1.21.75 1.455, runway 14, clear to land Clear to land, Austrian 75 Private Air 3, 3.0 holding short, 2.8 Private Air 3, 3.0, stand by Holding short, Private Air 3, 3.0, stand by Holding short, Private Air 3, 3.0, stand by Good, dann können wir schon mal das FMS laden, wenn wir hier warten Also, zack L, S, Z, H, nach E, D, D, M Ich hoffe, er tut mir nicht alles raushauen gleich, wenn ich die Triebwerke runterfahre Runway 2.8 in Target, good evening, Speedway 4.12, final, runway 14 Runway 14 Tardo, 5.7 Charly, holding at QDM Also, was haben wir hier, nächster Flug nach München Wir brauchen Fuel 4,7 Tonnen, alternate fuel and reserve fuel 2,2 2,2 2,2 Speedbird 412, continue approach, expect late landing clear Continue approach, expect late landing clear, fuel 4,8 4,8 Private Air 3, 3.0, crossing Crossing... Crossing... 28 on Juliet is approved Cross 28 on Juliet, Private Air 3, 3.0 So, einmal nach links gucken Da steht noch einer, weit weg Aber liegt noch nicht los, hoffentlich bleibt er auch stehen Look bitte Aus,... Blocke Aus.... Aus.... Ausstrahl, 75, apron 121, 75, speedbird 412, William, variable 2 knots, runway 14, cleared for takeoff. cleared for takeoff, runway 28, load 420, Swiss 327, continue approach, expect late landing clearance, Swiss 327, private air 332, runway 28 located, private air 330, apron 121, 75, 121, 75, apron normal, hello, private air 33 Zulu, runway 28 located, private air 33 Zulu, apron hello again, taxi, alpha echo, mic stand, bravo 38, bravo 38, alpha echo mic, private air 33 Zulu, we're getting at charter, 1820, hold position. hold position 1820 private air TT Zulu, hold position. holding position, private air 33 Zulu private air TT Zulu, are you able to make it back onto Juliet and inner? ja, we can take private air 33 Zulu private air TT Zulu, taxi, Juliet and inner and then as previously cleared. ja, we'll go, private air 33 Zulu. da hat sich jemand verrollt. ich war's nicht. paper angeneen, speedbird 412, hotel 2. scandinavian 5T, yankee taxi, November, correction, hold short of taxiway, fox. ja, stone, das zieht sich hier hin, das Rollen am Boden dauert länger als der Flug von München nach Zürich. okay, in der charter 1820, hold short of taxiway, und hier stehen ein paar Maschinen übereinander. mal gucken, wann sie's merken, und umparken. drei sogar, drei auf einmal. ein flotter 3er, hier in Zürich. jetzt wird's aber gleich dunkel hier, da werde ich da in das Nahbad läuft, das wird ja... 7, DIVI sein, Daniel. ich fäll gleich die Stunde. die Zeit wieder zurücksetzen. stand Echo 675, Delta Sleevelproof. also, Alpha... inner Echo and Mike. also, leicht links, und dann zweite links. stiaan Alpha 05. julia, inner stand 05, ended 5C. Lufthansa 604, are you ready to copy? Lufthansa 604, go ahead. Und Bravo 38, der ist da südlich vom Terminal, da müssen wir hin. Also wir müssen da runterrollen und dann hier Mike und dann parken wir da. Ja. Lufthansa 604, Spork 6705. Lufthansa 604, go ahead. Folling, point, 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 point. Lufthansa 604, go ahead. Wicht, block 6705. Lufthansa 604, go ahead. Ich glaube, ich sollte die APU gleich starten. Und hier alles aufgegleisen. Lufthansa 75, go ahead, Juliet, runway 28. Dass ich gar nicht erst ground power brauche. Lufthansa 455, April, hello again. Taxi straight ahead, Juliet, stand Alpha 11. Taxi, Juliet, stand Alpha 11, Alpha 455. Bulgarian Air Charter 1820, continue taxi on Alpha, holding point Alpha 2. Alpha Alpha 2, continue 180. So, Austrian 75, contact Tower 11, Alpha 12. So, da steht schon Bravo 38. Dann biegen wir einmal hier scharf links ab. Just gain Alpha 9. Lufthansa 455, say again. Just gain Alpha 9. Taxi, light off. Lufthansa 455, ja, Autos 38320, from your right, taxi stand Alpha 090, if you're due there. Keine guidance. Taxi stand Alpha 090, if you're due there. Taxi stand Alpha 090, if you're due there. Taxi stand Alpha 090, if you're due there. Austrian 75, contact Tower 118, decimal 1, for crossing. Austrian 75, Austrian 75. Swiss 327, äh, Autos 381. Also, APU Generators connected. Taxi stand Alpha 11. Und fuel off. Wir haben es geschafft, endlich. Taxi, Juliet, holing. Boston Odyssey hier. Dann brauchen wir... Anti-call off. Fastenbelts off. Electric pumps off. Windahut lassen wir an, weil wir eh nicht loslegen werden. Ich tue mal die BTC runterdrehen, dass das nicht zu sehr nervt. Und dann machen wir hier... Zapp. Terminate lag. Doors, zack, zack. Also, was haben wir gesagt, was wir an fuel brauchen? Vier irgendwas, ne? Vier acht, vier neun. Ich glaube, vier neun war es, ne? Vier komma neun, zack. Dann, Request fuel. Payload. Payload. Also, was haben wir hier gehabt? Bla 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 bla. Heute mal. 17,2. Payload. 17,2. Zack. Also, fuel läuft. Ein bisschen aufräumen hinten noch. Den kann man vorbereiten. Die fuel pumps kann man abschalten, die schalte ich dann wieder an beim Before-Start-Flow. Logo-Light schalten wir an, Ring-Light schalten wir aus, damit die Logik funktioniert von der Cibo, damit die auch später wieder alle schön einsteigen und anschnallen, wie sie sollen. Dann machen wir hier einmal FMS. Der tankt noch. Und was brauchen wir noch für ein Level? Flight Level... 2,7,0. Nein, nicht wirklich. Ähm... Machen wir mal 2,30 draus. Das reicht fertig. Und der Wind... 2,8... 27... Naja. Tadam... 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 So. Also, 60,3... 65,2... Stimmt das mit den Gewichten? Zero fuel... 60,2... 64,8... Ja. Die Größenordnung stimmt. Und... Also, wir haben gesagt, wir wollen noch die Route hier rauskopieren für den Bene... Overlay... Wo bist du? Da. Also, einmal umdrehen... EDDM... 33 Mike... Level 2,3,0... Und... Minimieren... Du gehst weg... Und da muss ich mich einmal kurz ausloggen... Und neu einloggen... Mit dem richtigen Kurs sein... 33 Mike... Detailed Matching Log... Connect... Flight Plan... Simbree... Float... Hop... Zack... Neuer Flugplan ist abgeschickt... Das geht wunderbar schnell jetzt mit dem Swift... Das klappt echt super... Da muss ich noch einmal hier den... Das FMC-Com... Zurücksetzen... Da machen wir daraus... PTE 33 Mike... Von LSZH... Nach EDDM... und Alternate Nürnberg... Also... ATIS... Zürich... Watzim ATIS... Da ist er... Also... Was haben wir hier... Departure... Information Tango... Okay... Runway 28... QNH 1008... Das ist alles, was wir wissen müssen... Information Tango... PDC machen die eh nicht... Also... Machen wir hier mal weiter... Also... Wir machen mal nicht zu viel D-Raid... Weil die Bahn ist nicht so ewig lang... Äh... Tag... 5... V2... 146... Was haben wir... Äh... Wir brauchen noch hier den... CG... 18,9 Grad... Ne... Das wollte ich nicht... Ich holte den da... 18,9 Grad... Hab ich gesagt Grad... Prozent... Ich meine... Nicht Grad... Und... Verify... Take-off-Speed... Ja... Also... 146... Und ich wollte die Uhr eine Stunde zurückstellen... Und dann... Äh... Sind wir auch schon breit... Nach meinen Schmierzettel anpassen... FEDX... 909-65... Push and start up here... Push and start up here... Push and start up here... 909-65... Push and start up here... Push and start up here... A for good Arbic... Private Air 33 Mike... Information Tango... At stand... Bravo 38... For start up... And clearance... FEDX... 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 ZULUMIKE... Oh... Hab ich mich falsch eingeloggt... Stand by... Hab ich mich als ZULUMIKE eingeloggt? Ja... Hab ich... Ja... 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 Super... Also... Flugplan korrigieren... Jetzt stimmt's CALLS ein... Ja... Send... And... April... Hello again... Now it's private Air 33 Mike... Ich hätte auch ZULUMIKE behalten können... Zürich nach München... Ich hätte den ersten nehmen können... Mike ZULU... Und den jetzt ZULUMIKE... Na egal... April... Hello... Swiss 307... Juliet... So... Wollen wir mal hier einsteigen das alle... Was los geht... Also... Wing light on... Seatbelts on... Und... Beacon on... Dann machen wir hier... Hopf... Okay... The cabin is secured... Have a good flight... Äh... Und... Doors... Alle... Zu... Wunderbar... So... The apron Swiss 135... Whisky and Juliet... Holding short to 8... Ground to cockpit... Toes driving up... ... Reepengritzi... Privatair 33 Mike... ... ... Privatair 33 Mike... Go ahead... Yeah... Privatair 33 Mike... ...now with the correct call sign... ...via... ...Stand... ...Bravo 38... ...Information Tango... ...Request Start and Clearance... ... ... ... ... ... ... ... Nic ... ... ... ... ... ... Swiss 327, APRN, hello, taxi Alpha Fox... Okay, all doors and catches are closed, ready to connect, set, parking brake. Taxi Alpha Fox, November, stand Alpha 04, Swiss 227. APRN, Edelweiss 229. Edelweiss 229, APRN, hello... Taxi Alpha Fox, November, stand Bravo 41. Bravo 41 for Alpha Fox, November, Edelweiss 229. APRN, Swiss 135, Whisky, homing show 28. Swiss 135, Whisky, contact Tower, 118.1 for cross. 118.1 for cross, Swiss 135, Whisky. 118.1 for cross. Cabron, good evening, Virgin 724 with Tango, stand Echo 46, AFRT, Gatwick. Virgin 724, heavy, APRN, hello, standby number 2. Ja, jetzt kommt bei Tower ins Schwimmen, äh, der Tower in der Ground ein bisschen ins Schwimmen hier. Weil gerade sehr viel los ist. Mal gucken, auf dem Radar, wie viele da hier rumstehen alle, naja, es geht. New Zealand 361. Wir haben es oben gestellt auf runway 28 Landing. Wir haben es oben gestellt auf runway 28 Landing. Requesting AFRs. Ah, New Zealand. Das ist schön zu hören. Was haben wir da? New Zealand 361. Ah, der Duncan, ja, ok. Kennen wir. New Zealand 361, APRN, hello, standby. Mal gucken, was der macht. Der fliegt nach Lima Fox Romeo Hotel, irgendwo in Frankreich. Private Air 33 Mike, edit a copy. Private Air 33 Mike, pass your message. Private Air 33 Mike, uh, you cleared Munich Degas 4 Lima departure. Runway 32, squawk 6710. Private Air 33 Mike, cleared Munich Degas 4 Lima, runway 32 and 6710. Private Air 33 Mike, read back correct, support ready. And we are ready for pushback now, Private Air 33 Mike. Private Air 33 Mike, push back and start off is approved. Start push approved, Private Air 33 Mike. Cool. Aprons with 135 Husky crossed from runway 28. Private Air 33 Mike, pick up, please show me where you want to go. Park, break, release. Private Air 33 Mike, review and free-up models for you. Stop push back and start the engine. Lalalaaa, off, off, override on. und dann geht es auch schon los mit dem fmc ah so runway 32 DGS4 Lima 580, 569, 5680, 501, mormonkulul ja, sieht gut aus ups, das war nicht initially climb 5003 und course 315 270, falls was immer drin, falls wir zurückkommen, ist nur auf dem ILS 28 ok, dann, let's start engine ups, das wollte ich nicht let's start engine number 2 lift under 604, get back correct taxi, kilo, hold short and alpha 604, hold short and alpha und the previous call sign are called, call sign are replaced fedex 9965 fedex 9965 taxi mike and uh hop behind the traffic, pushing at uh at bravo front taxi mike, hop behind traffic, pushing bravo front, fedex 9965 Swiss 800 Kilo Juliet is ready for pushback is unser HBG auf dem Weg schon uh, Swiss 800 Kilo Juliet stand by for the push, I'm gonna need to go ahead und der fedex da drüben, der muss auf uns warten copy Swiss 78 neck correction, 800 Kilo Juliet HBG 778, are you ready for taxi? ah ja operation complete operation complete please have parking brake taxi via inneren Kilo, hold short and alpha am gonna have a ready clearance for you soon taxi via inneren Kilo, hold short and alpha ATT rising, das sieht gut aus können wir schon mal die Klappen auf 5 ausfahren Klappen auf 7m information Tango, address clearance 2 here naja noch is nicht winted nicht in München erste mornen angeblich KLM 66 Charly on echo uh KLM 66 Charly open hello taxi echo uh echo November stand alpha 04 Lass uns losgehen Lass uns losgehen Steine Alpha Zero for KLM 66 Charlie Swiss 899 Kilojuliet, push and start is approved Pushback and start is approved, Swiss 899 Kilojuliet Speedbird 707, I would tell, watch a stand number Stand 7, 7707, I would tell Private Air 33 Mike, ready for taxi Blocked Speedbird 707, Hotel, stand by Disconnecting tow, stand by Private Air 33 Mike, taxi Fox, hold short in November Taxi Fox, hold short in November, Private Air 33 Mike FEDX 99065, taxi Mike and echo hold short in November Wo ist hier November? Mike, echo hold short in November, Felix Ah, der da, der nächste, okay Also, 1. rechts und dann vor dem 1. rechts wieder warten Power at 118.1, post 9604 Ich hätte ganz vergessen Musst die Arme erwarten Private Air 33 Mike, we're going to taxi momentarily We had a problem with our pushback truck Just 20 seconds Tower is disconnected, and bypass bin has been removed And female on the right I'll see you next time I'll take a step flight Hapagloid 778, re-clear Degas for Lima, departure runway 32 Okay, los geht Re-clear Degas for Lima, runway 32 for Hapagloid 778 Hapagloid 778, read back correct Contact Tower 191 Tower 191, Hapagloid 778 Lufthansa 604, you're still on the frequency Ground New Zealand 361 New Zealand 361, go ahead Is it possible to get my clearance? New Zealand 361, yeah, your number 2 for clear them Hapagloid 778 Lufthansa 8 AFO Request Bravo 45, if possible Lufthansa 8 AFO Short taxi, straight ahead, stand Bravo 45 Straight ahead, Bravo 45, Lufthansa 8 AFO Goodbye Virgin 724 Gapagloid 774 Gapagloid 774 Virgin 724, cleared Gatwick Clevert 3 November, departure runway 32 Squawk 6711 Taxi way November, hold short Cleared Gatwick, Clevert 3 November Runway 32, squawking 6711 Virgin 724 heavy Virgin 724 heavy, read back correct Report ready for push and start Report 724 heavy Zero ground Turkish 505 With information Tango Requesting IFR clearance 2 Is number Is number Turkish 505 Hello Yoran, number 3 for clear them Swiss 90714 Alfa 51, information uniform Clevert 1 to Berlin K Swiss 90714 Hello Yoran, number 4 Hello Yoran, number 4 Ja, ich werde überholt, warum auch immer Private Air 33 Mike, taxi Fox shot, hold short in inner On Fox, hold short in Private Air 33 Mike New Zealand 361 New Zealand 361 exit Ready to copy New Zealand 361 New Zealand 361 New Zealand 361 cleared Lorient Ferrit 3 November departure runway 32 Squawk 6712 Ja, das ist fast World-Floot-Niveau heute Can you repeat the departure New Zealand 361 New Zealand 361 the departure VEBIT 3 November VEBIT 3 November runway 32 Squawk 6712 New Zealand 361 Oh, ich muss noch meinen Transponder cool einstellen New Zealand 361 Read back correct Report ready for push and start New Zealand 361 New Zealand 361 New Zealand 361 push and start at the clear New Zealand 361 Hat keiner gesehen Swiss 89 Kilojulet Oh, ich habe schon gesagt Ja, jetzt muss der FedEx warten Stu´s was 0, 5 마련 Zug-Niveau, die vorher nicht Flug-Niveau, der We-Niveau, der der Was der Zug-Niveau, die Zug-Niveau police Zug-Niveau, die Zug-Niveau, der Zug-Niveau, der ZX-909065, Taxi, Link 2, Forkstop, Innercubit, Alpha, Hauptschott, Kilo. Link 2, Forkstop, Innercubit, Alpha, Hauptschott, Kilo. Ich wollte doch eigentlich nur noch zurückfliegen, nach München schnell, und nicht hier eine Stunde am Boden rummachen. ZX-909065, aber es hat viel los, nur ein Lotso da für die Rollkontrolle und Feerans zusammen, dann dauert es halt länger. Austrian 5, MCD-8, Hallo, Taxi, Stand Alpha 4, 2, VNM. Taxi Alpha 4, 2, VNM, MAUS, INFORMATED. Da vorne ist nur Hauberg-Leuth, kennen wir die? Crown, HELLO, KLM 7, 1, Quebec, Echo 7. KLM 7, 1, Quebec, Apron, HELLO, Taxi, Echo Mike, Stand Delta 05. 05 Echo, Mike, stand Delta 05, clear, I'm 7 in Quebec April and Private Air 33 Mike, is this Austrian Airlines 777 parked, or have they pushed back? Private Air 33 Mike, he's supposed to be at a stand Okay, then we will disregard him Ander Scenario, anderer Simulator New Zealand 361, ready for taxi New Zealand 361, taxi via Kilo, hold short of Alpha Kilo, hold short of Alpha, New Zealand 361 Eben, das Problem mit abweichenden Senderien Where is that, New Zealand? One right, decimal one, this way is 89 kJ That's the right painting, yeah, it's a New Zealand 737, nice April and Virgin 724 heavy, ready, push and start Virgin 724 heavy, push and start approved Push and start approved, Virgin 724 heavy Also komm, dann kann move it Also ganz ohne Außengeräusche ist auch doof Ein bisschen mehr wollen wir schon haben Duncan, move your ass Jetzt geht's weiter Ah, wurde der FedEx da über den anderen Rollweg geschickt? Er läuft über Juliet, oder wie? Oh, da hat er nicht verrollt, weil er dachte er Würde hier in den Verkehrsstau geraten Okay, New Zealand 361, contact Tower, 108.1, have a good evening Tower, 1181, thank you, New Zealand 361 Holding a kilo Private S33 Mike, hold short of taxiway Alpha, and contact Tower, 108.1 Okay, we hold short of Alpha, and the 181, Private Air 3, 3 Mike Okay, we hold short of Alpha, and the 181, Private Air 3, 3 Mike On to 1.75 21.75 21.75, flip on to 1, 360.6, good night New Zealand 361, holding a kilo New Zealand 361, hold short of taxiway Alpha, there is landing traffic Really? Er ist noch weit weg Er, remain holding, New Zealand 361 Target ABIC, Private Air 3, 3 Mike, holding short, 28 kilo der hat noch locker der war so weit weg ام We are still cleared via the VBIT-3 Whisky departure, so I guess we will now fly the VBIT-4 Lima departure, is that correct? Swiss 890 KJ, already cleared via the VBIT-3 November departure We have VBIT-3 November departure, Swiss 890 KJ, and we are cleared for take of runway 32 Lufthansa 604 behind departing traffic line up runway 32 and VBIT-4 Genau, and 2 Stunden Departing traffic line up runway 32 Is that American Airlines? Yeah New Zealand 361 crossing 28 on Kilo is approved, please expedite your crossing Cross 28 and expedite, New Zealand 361 So I am scared, and I am ahead of the firefighters I am scared, I can't see any other aircraft Avaline 4, 1, uh, Frechheit sink You are about, uh, 2 miles behind preceding traffic, Jeff Avaline 4, 1,5 hours, 35 minutes Lot 087, wind is 330 degrees, 2 knots runway 28 cleared to land Lot 087 Highway 28 cleared to land, Lot 087 Badex Badex 99965 Roger Good evening Ja, wir hätten noch locker über die Bahn gehen können, Mann, Mann, Mann. Der Kollege muss hier ein bisschen mehr Mut antricken, in Tower. Ja, wir hätten noch die Departure-Frequenz, abflugfrequenz vorbereiten, 3, 5, 2, 2. 2, 2. 9-8-Alpha, Nummer 3, reduced to minimum approach speeds, expect late landing clearance. Nummer 3, reducing minimum speed, 9-8-Alpha. Ja, der nächste ist nur zwei Meilen weg. 08-7, please vacate left, DECO-167. Deswegen muss ich noch warten auf der nächsten. Vacate left, DECO-187. Abelline 419, preceding traffic is about to vacate, wind is 330, east 2, 07-8-8-DECO-18. Abelline 419, preceding traffic is about to vacate, wind is 30,000, east 2, 07-8-DECO-18. Abelline 419, preceding traffic is about to vacate, wind is 30,000, east 2, 07-8-DECO-18. Not 20, 08-7, April, 121, 07-5. Not 20, 08-7, April, 121, 07-5. April, 121, 07-5, 90, 08-0. April, 121, 07-5, 90, 08-0. Also komm, lass mich jetzt über die Bahn rüber. Ah, sogar eine richtige Air Berlin. Lufthansa 604, wind is 330, east 2, north runway 32, cleared for take-off. New Zealand 361, behind departing traffic, line-up runway 32, runway 32. Line-up behind departing traffic, runway 32, east 3-6-1. ... Abelline 419, April, 121-1.75. Ach komm, jetzt lass mich noch über die Bahn rüber. 1175, Air Berlin 411. Der ist noch dreimal... Coast 9, 08-A, wind 3, 30, 32, east 2, north runway 28, cleared for take-off. Runway 28, cleared for end. Suit to land, runway 28, 98, 08-Alpha. Tja... Jetzt ist der Holding Point leer. Und der Nusin hat sich lange nach mir die Clearance geholt. Eben, jetzt ist ein langer Leerlauf ohne irgendwas. Wir hätten locker über die Bahn rüberrollen können. Naja, dann schauen wir uns mal die neuesten Nachrichten an. Ich habe das gesehen hier. Private Air 33 Mike. Ja, wir sind noch hier, noch nie. Private Air 33 Mike, Sie haben die Laufbahn in der Seite? Ja, wir haben die Laufbahn in der Seite. Private Air 33 Mike. Private Air 33 Mike, Sie haben die Laufbahn in der Laufbahn in der Laufbahn. Die Kilo ist veröffentlicht. Ja, behind landing traffic, on Kilo, cross runway 28. Private Air 33 Mike. FedEx 998. Direction FedEx 9965, crossing runway 28, on Kilo ist veröffentlicht. Crossing runway 28, on Kilo ist veröffentlicht. Ex-Nation. NZ 361, Wind is 33, 30 degrees, 2 knots, runway 32, cleared for takeoff. Runway 32, cleared for takeoff, NZ 361. Private Air 33 Mike, behind. Entry. Correction, Private Air 33 Mike, after crossing, continue, Kilo, to holding point on D3. Taxi, H2-3, Private Air 33 Mike, and we are ready for departure. Roger left. On Weimar, jetzt kann line up. Park ist runway 28. We're just located from end of the runway for information 9.8 alpha. Swiss 9.8 alpha, taxi, Bravo, crossing runway. Ach ja. V4 is proofed after crossing apron 121.75. Roger 3. Dann halten wir halt hier an. Taxi, Bravo. Crossing 2.4 is approved. Hi, French Gap. What news? What's happened? I only saw that Lufthansa drew a dick into the air over Bremen. Seel-tort, H2-3. Seel-tort, H2-1193. On H2-8. Swiss 11-9-3, select out. Regret Blarbeck, Nino. Wind east, H3-3. Zero degrees, two knots, one way to eight, cleared land. Right, cleared land, Swiss 11-9-3. New Salem 361, initial climb altitude 5000 feet, arrival 135, 225. Wow cool that's good news yeah great so you just passed the tests Lineup 3 to private air 3 3 Mike Hey something is moving Cool wow that's a big achievement man Oh I think I shouldn't have taken this taxi again Yeah not thanks to my mentoring You did it yourself runway 3 to clear take off private air 3 3 Mike Finally take off like half an hour late crazy because of five aircraft okay thrusts set 80 knots check V1 V1 rotate Pository gear up No stay up 400 Okay Private air 3 3 Mike, initial time altitude 5000, complete conduct arrival 135.225 Yeah 5000 as per SID 35225 private air 3 3 Mike Yeah 5000 as per SID 35225 Speed check flaps One selected So autopilot on, vertical speed 1500, one more Good RBG private air 3 3 Mike, passing 3500, climbing 5000 feet Pository gear up Pository gear up Encouncing Fema, Right Direct Degas, Fema 33 Mike Ha, Fragen lohnt sich Heading Green as well Also, dann wieder Level Change Speed 250, wir haben 5.000 ft, Speed check Flaps up selected And let's insert Direct Direct Degas Level 100 Zuck Flaps up, Flaps up, Flaps up, Flaps up, Flaps up L North Green, V North Green Good evening, Arroybergs, Scandinavian 021, will you, descending for Flaps up, Flaps up, Flaps up, Flaps up Scandinavian 0310, Caraba, good evening, descent flight level 110, expect ILS 28 Descent flight level 110, and expect ILS runway 28 for Scandinavian 021 So you did your tests in where in Paris or in Bordeaux, or where do they do that stuff? Now we have time to talk again Flaps 152, Alpha, descent flight level 90 Descent flight level 90, six 152, Alpha Radar 33 Mike, contact Swiss radar, 128.05, Schnell flog 128.05, Privataire 33 Mike, message for the shortcut Okay, I'm good Swiss Reiter, Guttabic, Private Air 33, Level 85, climbing 120, to Degas Private Air 33, Reiter, hello, identified, climb flight level 160 Level 160, Private Air 33, Mike Looks like our French Gap is gone again from the chat But really cool, if we pass the tests, wow Egoner 705, descent flight level 130 Descent flight level 130, Egoner 705 New Zealand 361, climb to flight level 360 Climb flight level 360, Egoner 361 Okay, Level 100 Landing lights off, wing logo and fasten belts off Let's go So, 6, 3, Whiskey Charlie, Reiter, navigation, Unicom, 1, 2, 2, 1 Oster, das gibt dann ILS, 2, 6, left Über die Oster, vor Alpha und dann, ich glaube, Betos, ne? Ja, Betos, 2, 6, Transition Voilà, Degas, Nandri, Bembele, Oster, Diesel und Betos, ja Topsi 63, Whiskey Charlie, sorry, there seems to be an issue I'm handing over to you Try to contact first Munich on 132.55 Lufthansa 604, contact München radar, 132.550 Lufthansa 604, contactowie 122.55 Lufthansa 705, contact specifio travel 135.225, goodbye 135.225, goodbye 135.225, go now, 735 Gratia 756, from Edith, ascend level 140 Lufthansa 704, level 140 Dessend level 140, Couragia 756, Ruman Bist 561, Descend, slide level 150 Descend 150, 3561 EZ 76M, Kilo, Descend, slide level 80 Descend 80, EZ 76M, Kilo Bist 89, Kilo, Tulit, Descend, slide level 110 Flight level 110, so it's 89, Kilo, Tulit Private Air 33, Mike, climb to flight level 240 Climb level 240, Private Air 33, Mike 240 Okay, what's wrong with your eyes? Croatia 756, Romeo, Descend, slide level 130 Descend level 130, Croatia 756, Romeo Good evening, direct 9965, nothing, flight level 90 Direct 9965, assist radar, hello Climb flight level 120 Climb flight level 120 NZ 361, proceed direct to Torpa Direct Torpa, New Zealand 361 Climb flight level 120 Climb flight level 120 NZ 35225, thank you, bye-bye, Croatia 756, Roma EZ 76M, Kilo, Descend 7000 feet, QNH 1009 So, let me prepare some charts for München So, let me prepare some charts for München Descend 7000 feet, EZ 76M, Kilo, QNH 1009 QNH 1009, EZ 76M, Kilo, Private Air 33, Mike, contact München Radar 132.550 3255, Private Air 33, Mike, ciao NZ 33, contact München Radar 132.950, goodbye 123.950, bye-bye, QC MZ 490, contact München, Kapolges, contact Langen 127.725, goodnight Langen 127.725, MZ 490, goodnight EZ 8WR, contact Langen 127.725, goodbye EZ 623, blue ahead, one 127, contact noi Either you OoO, uO, independently or not, but it depends... What, 5D up tree, in 4D up tree 1207 825, EZ 8W, proppen profession Prof. 604, turn right heading 0190, Pussy Direct, O, S, D, E, R, U, off your route. Order motion, Adrian Fox, who are identified, cleared... ähm... Sorry, database erklärt, Obaga 5, Alpha, arrival, descent flight level 170. Descent flight level 170, cleared, Obaga 5, Alpha, arrival, order motion into the unit, Doctor. München, grüß Gott, private air 33m, level 220, climbing 240. Locked, FedEx 49er Tango. FedEx, are you able for speed 320? We are actually at 320 indicated, FedEx 49er Tango. Mist, Escobar, yeah. No, no, don't laser your eyes, don't do it. Okay. Many companies say, if you have lasered your eyes, we will not accept you as a pilot. Or as an ATC. Private air 33m, guten Abend, climbing level 240. Private air 33m, mission at level 9, identified. Okay. Lufthansa 604, confirm direct Oster, OCR, 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 OCR. Sorry, can you repeat that, the FR is here as well. Okay, we now have three stations calling, still one second, I'll call you back. Lufthansa 604 once again, confirm direct Oster. Confirmed, Oster, Lufthansa 604. Merci, private air 33m, climb now, flight level 270. Okay, we have you at level 240, private air 33m. Okay, I'll call you back. Okay, I'll call you back. I'll call you back. Okay, I'll call you back. Okay, I'll call you back. Okay, I'll call you back. And Lufthansa 125 for higher, contact Langen 127, 725, jeez. Langen 127, 725 for higher, Langen 125, jeez. Scandinavian 165 for invention, good evening, identified. Proceed direct to the Tangle Uniform, Rema, Sierra India. Avitap, Charles, C-4, 165, 165, 165. Close. Also, Betos, 2-6, transition there, 4-5-2, 4-5-9, maintain track. Find via Navy. Flight level 200, C-4-9, at Tangle. Taxi chart, taxi chart, parking chart. ILS 26, right. Proceed direct Uncan, Uniform, November, Kilo, Echo, November. Ah, yes, ILS 2. ILS 2. 6 left. Fention, R-7, Pabak, Kilo, at Lufthansa. R-7, Pabak, Kilo, mention, good evening, identified. Proceed direct Odomo, Oskar, Delta, Oskar, Michael. Yeah, though, so far, I'm lucky I don't need glasses, but someday it will happen. Center 6040, center right, level 163. Center right, level 163. Center right, level 163. Center right, level 163. München, south-west, Dangle. 5-3, 3-3, Mike indicated, level is 2-3, so confirm current set of standard, 1013. Ah, no, ehm, 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 ja, Finger trouble. Let me convince the FMS that I wanna climb. Roger, convince the FMS that I wanna climb. Roger, convince the FMS that I wanna climb. Roger, 128, 1050, good night. 128, 1050, with me, travel out of the tank, FEDX 49, attack. Genau, jetzt Vollgas und dann mit 3000 Fuß steigen, Schwachsinn. Ah, boy. Also, NDB 400. ADF 1 and ADF 2 set. A missed approach, brauchen wir was. Watersberg 12,3. Das temporäre VU-A wäre München VU-A in der Wartens. So. Jetzt fehlt noch's Minimum. 16, 17. Oh, boy. Lada Motion 80 on the FMS, Mission Radar 123, Decimal Line. Tschüss. 123, Decimal Line 5. 2. Lada Motion 80 on the FMS. 3. 2. 3. 3. 3. 5. 7. F-699, 65 heavy, wünschen den Samus, den LF-5, proceed direct, Oster, cleared, Oster, 4, Alpha, radar. F-6604, contact, wünschen den Radar, 123, D-9, no juice. F-699, find, F-699. Und wir haben Wienerf, Wienerf Path Green, dann gehts hier runter. 30 Meilen, ja, wir müssen bis demnächst runtergehen in 2, 3, 4 Meilen. Also mach mal hier mal... Mach mal hier mal Autobrake. Und wir brauchen Approach Configuration, plus 5 ist gut. Transition Level 7, 0 ist fine. Und runter gehts, ja, sieht gut aus. Und runter gehts. Und runter gehts. Und runter gehts. Anzeichen, 1651, expect to reach flight level 1302. Mastrad 283, decide flight level 270. Descend flight level 270, Austin 283. Rheiner 7 Papa Kilo, descend to reach flight level 2, 5, inbound, Dinkelsvöse. Rheiner 7 Papa Kilo, descend to reach flight level 2, 5, inbound, Dinkelsvöse. Okay, mal das neueste ATIS von München, anfordern. Information Quebec ILS 2629, 276 10K, Scalad 4, 2Dries, QNF 0, up, 2, 1, 0, 2, 0, 8, Kontakt München, radar 123.9er, tschüss! 123.9er, private air 33.9er, tschüss! Tschüss! 2J7 Papazulu, contact Swiss radar 128.05er, good night! 22.05er, Kretaris 2, 6L, APG, Centermite! Private air 33.9er, servo security again, München radar, I identify, you can proceed direct from Ottersberg, if you are, and can expect standard airs approach, thereafter runway 26L. Okay, direct Ottersberg, ILS 26L, Private air 33.9er. 6.04, proceed direct to Delta Mike 457, they are after Delta Mike 459. So, direct Ottersberg. Hmmmm, habe ich hier keinen Empfang von dem Ding, ich mache es mal aktiv. Komm hier auf dem zweiten. So, da haben wir Nadel. Und wir fliegen... drauf zu. Private air 33.9m, when ready, descent to reach altitude 5000 feet at Ottersberg, you are Q&H 1008. Descent 5000 feet 1008, level Ottersberg, Private air 33.9m. Also 5000 feet, crew in marsch 1003, ah, 8. Und wir müssen... Und wir müssen Ottersberg... ...at Level sein. Wir haben es noch 36 Meilen, ja, dann müssen wir runter. ...Ground speed is 370, das sind dann ne... 36 durch 6 ist 6, 6 x 3 ist 18, 1800. Wir machen ein bisschen mehr, damit wir das Spiel auch noch Geschwindigkeit abdauen können. So, fliegen wir auch wirklich auf Ottersberg zu, naja, wir müssen glaube ich noch ein bisschen nach links drehen. So, da muss ich noch ein bisschen nach links drehen. Ah ne, das ist Heading und das Ding da ist der Track, oder? Oder ist das der Track? Und wir müssen nach rechts wieder. Da kommen wieder Wolken, NTR ist noch an. Wir gehen mal anschnallen. Landing light, Logo am Pring an. Otter Kring. Ottersberg. Otter Kring. München Radar, guten Abend, Lufthansa 2503. Flight Level 190, descending 150. 2503, Servus im Develing, Mission Radar, Identified, Information Clearing is current. You clear for me, Rokie 26 transition, expect ILS approach runway 26R. Lufthansa 2503, expect ILS 26R and cleared Rokie 26 transition. Lufthansa 2503, expect ILS 26R and cleared Rokie 26 transition. Flix 995, good evening, Mission Radar, identified Information Key Mazels currently are cleared for me, Rokie 26 transition. And can expect ILS approach runway 26R. Clear metro 26 transition, cleared Rokie 26 transition. Check ILS 26 transition. Lufthansa 250, Lufthansa 250. LN828 von Foxradt, turn left heading 290, cleared ILS approach, one way 26 left, descend on the glide. Left heading 290, cleared ILS 26 left, descend on the glide. LN604, cleared ILS accept, now beat to H1008. Also die Nadel bleibt schon stehen. Ich muss aber nach rechts ein bisschen, zwei Grad. So, da kommt der Level 100. Schon 10, ich wollte schon längst am Boden sein in München. Es hat eben nicht nur Vorteile, wenn man zu stark belebten Fullcaven fliegt. Wobei in Zürich handelt man sich auch real da. Da kommt der fette Verspätung rein. Aber letzte Woche auch schon real. Oh, shall I switch to English? Anybody here who doesn't speak German, I happily switch to this other language. So, temperature is still minus zero. NTI is still on. NTI wants me to cross. Private Air 33 Mike, out of Ottersberg, you're cleared for the standard ILS approach, runway 26 left. Okay, out of Ottersberg, cleared for the standard ILS approach runway 26 left. Private Air 33 Mike. Foulesau! Private Air 33 Mike, we can also proceed on headings, back to us if you prefer. No, 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 I just have to program my FMS, I do it. Na dann, weg. Weg. Hier, Ottersberg, zack, execute. Direkt Ottersberg. Oh, komm. Move. Rade 32 Monaco, King Tower 118, distance Desert 7, L South landing, bye bye. Hour 118, distance Desert 7, bye. Jetzt muss ich auf die Karte gucken. Kling up. A three, one, one, two, five, six, three, one, five, six, zero. Go down, Delta Kilo, the N�도. Ok, dann muss ich auf die Karte gucken. Fremdreiz 세ht. Frechheit. Der hat mich jetzt erwischt, dir ganz auf den kalten Fuß Also Was muss ich machen? Otterkring muss ich kurs 055 muss ich fliegen Bis 15,4 Demi 055 Da machen wir jetzt hier Otterkring 055 15 Meilen Format falsch 0 15 Meilen, war das so? Ja Ja Lufthansa 2503, direct Delta Mike 427 And descent Flight Level 130 Belsenegar Easy 190 Charly-Karbar, agree with an excerpt Lufthansa radar identified information, playback is current You are clear for the OPL26 Transitioner, can expect the IDES approach rate to slide And we are out of the ice Zack Hold your information, crew back For once, we select the ignition to continue, and do not forget it Fasten bells on, lights on, happy landing Mal gucken, sind die sehr busy Das ist hier mit dem ILS Da kommt einer, also nix visual approach Schade Das ist doof, wenn ich die Speedbrake auf Arm setze, dann wieder rumwedeln Das ist doof, wenn ich die Speedbrake auf Arm setze, dann wieder rumwedeln Okay Private Air 3-3 Mike, RB No.1 for 2-6 left, or is somebody else ahead of us? Okay, stille, bin ich disconnected? Ne, bin noch online Frequenz stimmt München Radar, Private Air 3-3 Mike Habe ich mir jetzt Audio runtergedreht, aber das Volume? Ne, habe ich nicht Mönchen Tower, Private Air 3-3 Mike Private Air 3-3 Mike, Tower, hallo Ja, we lost radio contact with München Arrival So we are on the outbound leg Of the standard approach out of Oddersberg, 2-6 left Private Air 3-3 Mike, Roger No.3 No.3 Undersand 9901, I've got to go 3-2 Good evening and thank you for your control Tschüss Goodbye, thanks for flying Ich habe da ein bisschen verpennt, rauszudrehen Ah, für Hapel Morgue, kurz Na, ha ha 1865, Whisky 1, schön am 1865, Whisky 1, Hapel Morgue, schön am So, jetzt sind wir auf dem richtigen Radial Lufthansa 604 on ALS 26 left Lufthansa 604 on Alon 15.4, ja Lufthansa 604 Let's repeat for the final approach Half a mile to go And then we turn left on intercept course To catch the ILS, the localizer Let's say 260 plus 35, let's say, 295 5 will be doing the job nicely Zavlock, is ground still here, München ground, nee der ist schon weg, oder ich, ist nicht mehr in range Guck mal, nee der ist weg Lauter Motion 82, UNF, taxi to entry 05, FAS, ja 05, Lauter Motion 82, UNF LF 604, Wind 260, 6 N, runway 26L, Cainland Gleitslob-Armt D-CGV 351, contact München radar, 123.9, guten Flug MNR 123.9, tschüss, danke, sein Sie Da ist der Bug wieder, ne, dass eben in der Kabine die Reflexion der Jefferson-Karte da in der Scheibe zu sehen ist, sehr witzig So, Gleitslob Missed Approach wäre straight, nein, nicht so weit reinzoomen Straight ahead, DMI 1 west of the D-Max Sierra, our 1,000 image is later, then left, direct Ottersberg, VUR, climb 5,000 feet Cool, das läuft Genau, solche Bugs kämpfen wir von der Siebo eigentlich nicht, ja Okay, wir beschleunigen langsam, deswegen machen wir Flaps 1 raus Ja Ja Eskobar hat es hingehalten, genau Sehr geil Let's have some fun and go manual We will Autopilot, off Autothrottle, off Flight Director, off Autothrottle, off Autothrottle, off Trax 2, stand 188 via W1 Also Speed check, flaps 5, gear down Es hat hier ein bisschen einen Balloon-Effekt, wenn man die Klappe ausfährt, das ist realistisch. New Target Speed, 150. Zu tief, ja, wir are correcting. Das war zu viel Correction. Ohlala, die armen Passagiere. Konstanz da hinten, rauf und runter. Positive Gs, negative Gs. Speed check, flaps, 10. Zu hoch. 1.000. 1.000 V. Floppen. 2.60 V, x-h, x-h, 7, via, x-h. 6.0, rolling point, x-h, 7, via, x-h, 6,10. 5.0, 5.0. 5.0, 5.0. 6.0, 5.0, 5.0, 5.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0. 300, zu hoch, zu hoch, zu hoch, ja, ja, eben, wenn man den Flieger nicht drinsitzt und die Beschleunigung nicht spürt, dann kann man auch schlechter reagieren, das ist einfach so, aber nur dumme Ausrede, ich habe nicht aufgepasst, das war das, also jetzt machen wir hier mal, komm, 65, 67 and 1, Pitch 1 Grad, dann passt es eigentlich. 300, approaching minimums, 200, trimmen, trimmen, jetzt passt es. Das war jetzt an der Butterlandung, bitte, ja. Echt, 328? Die war doch weicher als vorhin in Zürich, Frechheit. Also, der Flug war jetzt nur 5 Minuten länger als der nach Zürich. Aber die Landung hier fühlte sich jetzt, ähm, weicher an als die in Zürich, prezentanterweise. Wie man sich täuschen kann. 890, uniform, kill, reaper, korrekt. So, willkommen zurück in Minka. Jax C2N3, Sierra 5, via Sierra. Sierra 5, via Sierra Private Air, 3, 3, Mike. Oh, noch fänden, das scheiß Ding. Sierra 5, also erste rechts, Bravo 8, dann rechts Sierra, zweite rechts Sierra, und dann erste links Sierra 5, okay. 3, 3, Mike, any stand preference? Ah, ja, ja, just, ah, ja, but just not with Ryanair, that's okay. Ah, okay, dann müssen wir die lauter Motion nochmal auflassen. Ja, Wolf im Schafspelz. München Tower, guten Abend, Lufthansa 240, 3, ILS 26, right? Na sowas, Lufthansa 2503, München Tower, schütteln Abend, Wind 26, 0, 6, 9, 2, 6, right, cleared land. Lufthansa 2503, cleared land, 2, 6, right. München Tower, schütteln Abend, fertig, M965, ILS 26, left. So, ich tu gerade bei Trollen. M965, 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 7, 0, 6, left, cleared land. 26, left, cleared land, fertig, M965. Haha, wir machen mit diesem Schütteln, kommt Butter raus, sehr geil. Hahaha, ich konnte die Kommentare bisher nicht lesen. Ja, ja, Tower, Private, 3, 3, Mike, we would like to park next to this Harpac Lloyd aircraft. Private, 3, 3, Mike, Roger, 7, 1,17 via Whisky 1. 117 via whiskey 1 private air 33 mike oh gott 117 ist doch da wo ich angefangen hab 116 haben wir angefangen also hier da 187 187 doch wieder ryanair parkplatz ok private air gott wo ist der abg leute naja der anzug war ja rein air mäßig von daher das passt schon die können das besser wie es geworden ist der mittlere und nicht blue line orange line lufthansa 604 taxi via entry 08 und dann Oscar 2 stand 255 187, ah gut taxi via zero 8 und Oscar 2 stand 255 lufthansa 604 also 192 dann machen wir hier aber APU brauchen wir gar nicht haben wir gesagt 189 188 und dann parken wir es zwischen der Ryanair aus Österreich und der Harpag passt schon okay ja passt schon 189 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 199 motiviert beim reindrehen hätte ich etwas weiter drehen können die kurve dann jetzt noch einmal hier kurz Home Ground Services den kann man schon mal vorbereiten und wo sind die Boeings da etwas schief aber man kann damit leben 209 189 189 191 191 193 192 191 192 202 304 304 204 215 225 235 235 235 235 235 Für den nächsten Flug kann man die schon mal einstellen und das war's, zack, zack, doors, open, 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 und terminate flight lag, cool, this is it, my friends. Der Hinflug lief besser. Lufthansa 2503, Entry November 3 via Alpha 9. Der Hinflug lief in allen Aspekten einfacher. Vor allem war der Tower-Controller in Zürich nicht so frech wie der München. Also hier ist der lauter Motion. Ryanair im Schafspelz. Und wo ist hier Hapag-Lite? Komm, da ist er. Ich bin zu nah dran. So, danke fürs Mitfliegen, Daniel. War lustig. Leider sind wir nicht wirklich im Team geflogen oder in Formation geflogen wegen dem langen Ground-Delay. Ah, ich könnte noch die... Wir könnten noch die... Erst... Natürlich hat das gehört, der Olli. Deswegen habe ich es ja gesagt. Spar Schmuschein. Spar Schmuschein. Spar Schmuschein. Spar Schmuschein. Da habe ich noch was entdeckt. So, auf. Lufthansa Duva 03, Stand 317 via Whisky 2, Delta 6, off. Also, Mr. Escobar darf aussteigen. Woher, wenn es um die Mafia in München geht, ist er, glaube ich, eher Franz Josef Strauss, der aussteigen darf. Lufthansa 2503, Stand 317 via Whisky 2, Delta 6, Oscar 3. So, was machen wir jetzt? Wir schauen mal in die Welt. Ah, der Münchenradar ist schon weg. Zürich ist noch da, aber... Na, hier ging es ganz schön ab. Da kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arrivals in den nächsten 17 Minuten. Und da gibt es 3, 4 noch im Abflug. Nicht schlecht. Easy Aiden an der Ende vom Kilotaxi, to entry Sierra 6 via Charly 5. Okay, dann kommen wir hier. Air Trend, dann sehe ich dich immer. Unique Tower, Servus, 2Jet 1,5 Charly, ILS 26L. USA, wir sind noch zu früh dort. Leute arbeiten noch. Und sind noch nicht da. Amit свет ocli, Air State Line, Trier 2, 3 1,5 Charly. Hmhm. Der hab da gedacht, ist die Schmerz auf? Da geht es ganz schön ab hier. Warte, steckst du sein, good bye. Komm her, steckst du sein, good bye. Steckst du, good bye. So, wollt man nicht noch eine Runde? Ja. To Brussels. Ja, the issue in Brussels ist, I think I had some frame rate issues in Brussels and the airport scenery was not that detailed. Let me have a look if there is a good freeware. So, X-Plane scenery packages. eBBR files search. Ground routes, das wollen wir nicht. Nein. No. Brussels airport, detailed version. von 2015. Und was haben wir hier noch? In world. E-Detour. Global airport, open scenery package. Let's have a look. E-Detour. 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 E-Report from airport scenery gateway. Search, download and progress, yeah. Okay. that's the way I like it yeah put a link here yeah of course project Brussels oh okay from when I start from last year okay okay I'll give it a shot here download this file yeah it's downloading yep I have all the libraries I'll have a look yeah that's what I just downloaded the Bangkok scenery from one of costa's channel links I still have a test that one probably on a flight from Singapore to Bangkok or the other way around maybe tomorrow I know tomorrow I want to watch some movies in the evening at least until 19 Zulu afterwards I may have some time and as well we said there are some updates for didn't we say there were some updates for avitab and this kind of stuff so I think I have to go to the mod that's the x-plane and blah 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 install guide no 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 where is it did you move it all the way up I I So what's am I here terrain radar let's have a look if it's still the same version that I have avitab Yeah Yeah So this is last updated November 24 I think I have this one Can I see it here within the simulator probably a can Terrain radar Options no Okay Okay Nope Doesn't matter Oh yeah I wanted to have a look here So EBBR Process national Yeah And the last version is from 2018 Yeah Okay 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 Recommended Recommended Yeah Declined Okay I see So let's go back to this thing here I think 1.8 1.8 1.18.1 I have already And Zebo Quachavi tab Updated Yesterday Okay What's the Update news What's new in version The new airport overlay could cause a graph if a small ATC less airfield is viewed in the airport app and then zoomed in On the map On the map Okay Well done Download Yenna radar 134.3 5.0 Go back 134.3 5.0 Good Bye 134.3 5.0 5.0 5.0 5.0 Too funny Okay Cool Um guinea pig Um Nope So far I haven't bought any playway aircraft for explain because I'm not sufficiently I'm not satisfied at the stuff that's actually available is really Das ist wirklich die Level, die ich möchte. Und als auch die FlightFactor Airbus 320 und die Tolis Airbus 319 oder die 321, die sind ziemlich hungry für System resources. Und ich bin fearing, dass das meine Simulation sogar noch stärker wird, weil ich manchmal zu strecken, um 20 Frames per Sekunde zu bleiben. Aber ich will eventually etwas kaufen. Aber ich will nicht ein boring Airbus 320. Nein, ich will etwas solides. Vielleicht ein Airbus 350, wenn wir eine professionelle Version bekommen. Oder ein 747. Gib mir ein 747, ich nehme es. Ich will es nicht. Ich will nicht spenden Geld, ich will nur Geld haben. Ja, das muss der... Kosta weiß das ja. Kosta, ist die Tolis, ist die ähm... Ein Framerate Monster oder hält es sich in Grenzen? Block 317, danke für den Service und noch ein schöner Abend. Besser als die FlightFactor. Jo, gleich noch einen schönen Abend. Tschüss. Also, fliegen wir es noch irgendwo oder nicht? Shall we fly somewhere? Also, Europe is shutting down. Und hier haben wir Santa Maria Radio und Radar Online. Santa Maria. Hier ist die Sorge. Und wir haben Canarias. Okay. How about Madeira to... What is he controlling? All of the Canaries? Canary Islands? How about Madeira? Ich gehe da all the time. In der big Airbus Simulator. Okay. Klinkwut. Ja, vielleicht habe ich einen Blick auf die Tourless Airbus 319. Ja. Aber ich bin... Aber ich bin... Aber ich bin... ...wenn ich das Ding in meinem Simulator in Deutschland hier. Es ist so... Okay. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh ja. Ich bin heute in Nashville. Na? Na? Ja, hier. Wir sind in der Mitte von Nashville und die Tornado ging durch den Airport. Es gab zwei Tornados und eine Tornade. Und es hat auch ein Hangar gesehen, ich denke. Ich habe nur einen Brief gesehen gesehen. So, was do we do? Oh, Skiatos. Okay. Okay. Yeah, I prefer some Boeings to some Airbusses, but I would like to have the Airbus 350 here. I would like to do that one. As well, I'm looking forward to the Airbus 300. But I'm hoping for the version with the glass cockpit, the 300-600B. And not the old one. So, what do we do? Private Air? Oh no, Norwegian. Let's crash a Norwegian aircraft. Change location. So, we fly from Kos. One new airport. To Skiatos. Oh yeah. Hellas. We make it a day flight. Sunrise flight, maybe. Let me kill all the ACARs and CPGLC stuff. We don't need it anymore, since there is no ATC. See you. Okay. Two new airport. Oh, nobody is flying two Skiatos, or what? And Kos. That was quick. Two weeks ago, when the Cineverse released, Kos was full of aircraft, and now it's already empty again. Pfff. People. People are people, da-da-dee-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da. Let's have a look. I am still... No. I need to log in. And we fly... Come on. So, LGKO, LG, LGKS, I think, no, Kassos, no, LGSK, S-K, Alexandros Papadiamidis Airport, yeah, yeah. Skopelas. 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 Aber ich will nach... will ich nach... ist das der richtige Flughafen? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ist der richtige, ja. Skopelas, Skiatos, ja, okay. Was sind das? 220 Meilen. Ja, das ist schnell gemacht. Low Airways. Natürlich kann man nicht direkt. There's nothing really, that makes sense. Co-par, probably a Co-par departure, if there is one. So, Simbrief. Dispatch. So, we need again the Simbrief. Downloader. Do I have a good Skiatos scenery? Let's have a look. I do not, but as well, I don't want to restart my computer, my X-Plane, it will take forever. We don't like that. We just have a look, out of interest, LGSK, files, search. Hmm, Skiatos, last update, 2018. Skiatos Remastered, 2016. Version 2 for X-Plane 11, 2017. There are so many different versions. Let's sort by date. Okay, I think we got the correct one. Okay, probably it's already included in the Gateway scenery. Also, Noro Shuttle. 3-3, or 3-0-3, Skiatos Sierra. 3-0-3 Sierra. Can I, no. 3-3 Sierra? No. Kilo. 3-3 Kilo. There we are. So, LGKO to LGSK. Athens alternate is fine. Departure. Taxi out, 5 minutes. Taxi in, 3 minutes. Extra fuel, 15 minutes. We don't want to have too much weight. Let's make it a moderate load of 100 passengers and 1.4 tons of cargo. Coopar. Okay. This is the route. Yeah. Okay. Sounds good. But we're going to take a shortcut in flight, of course. Generate OFP. Yes. Is there any bad weather? Hmm. Something's moving in. Oh, it's going to be funny. Maybe. Maybe. Okay. Well done. Goodbye. Goodbye. Go. okay what level flight level 300 really that high okay well it seems a bit high for such a short flight but we are light we will survive by and here are our weights fuel we need five point seven or five point five point seven is enough and here is our load sheet it looks like there are several sceneries above each other whatever oh the plane is empty is dark but let's have a look if we can load it no 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 okay ground services gpu jocks set battery la 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 this is set okay fuel pump apu on ignition auto anti-collision still off yeah over right off off this is still from one of my flights so we're flying from coast coast island to skatos should be quick flight 200 miles only so lima golf kilo up kilo oscar do i have to reset the bloody irs i probably do yeah it's good hours performance fuel is way too much yo go away so we said how much fuel that we want 5.8 okay 5.8 and payload 11 was pounds kiss my ass what is this oh yeah winch effects skatos yeah 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 Kilogramm, HPA, borrow, height, chocks on startup, on, cold, dark. Okay, now we can save all this, quick save, 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 save Ah, so, one more attempt. We said we need fuel. 5.8 TOF. 11.8 POF. Ground Service is fuel truck. Although we do... No, 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 realism, we do the fuel quickly. So, flight plan has been sent. Let's turn on the radar. Nobody in the area. And come on, bloody FMS, IRS, align quickly. Und 1, 2, 2, decimal 8. Es kann natürlich sein, dass ich das nochmal neu starten muss, diese Initialisierung. Damit das mit dem Short Alignment auch hinkriegt. Also, what's the weather like in COS? Stop. Here is SWIFT. And we go to the ATC page and we insert LGKO. Meter 160 at 18. Okay, that's a clear sign. It's gonna be runway 1.4. And COPAR, 1 FOX, or 3 BRAVO, or, well, whatever. We fly visually out direct to COPAR anyway. To save time. And Q&H. Oh, das wollte ich nicht. Q&H. 1, 0, 1, 6. Q&H, 1, 0, 1, 6. 1, 0, 1, 6. So, we got the fuel. We got the IRS. Perfect. We said level 300. Oh, that was a bit too much. Heading 1, 4, 0, or similar. And we need to continue setting up the FMC and then we're good to go. So, reserves. Let's take, say, 2.5. Maybe it's correct, maybe not. Let's have a look. Where are you, my friend? Here you are. Alternate Athens, 1.7. And final reserve, 1,000. So, that's 2.7 tons of reserve fuel. Cost index. Let's go fast. 100. And here, level 260. Let's make it 260. That's far. It's high enough for such a short flight. And I need to refile my flight plan with this information. Level 260. And send again. We are on guard. On unicom rather. Genau, einfach mal draufhauen. So, Eurowings Pilot. Jetzt habe ich zeitwürdig. Sorry. War hier versunken in mein Cockpit. Ich fliege. Fliegst du hauptsächlich General Aviation oder beruflich? Real fliege ich. Privatjet. Und hier fliege ich. Im Simulator fliege ich eigentlich immer Airliner. Nicht immer, aber meistens. So, wir machen hier. Kein D-Raid. Landstabmann ist nicht so lange. Flaps 5. CG irgendwie 19. Das wird schon passen. Und hier V2 143. Und dann, wir gehen. So, Beacon on. Wing light on. Wunderstand, spare for takeoff, please. Seatbelts. Okay, the cabin is cleared. Have a good flight. Packs of override on. Level 260. Und wir werden at Seatle level. Level more or less. Und we start engine number two. Und in the meantime, we disconnect the ground power. We must not park it to remove the chocks. Sprechen in der Deutsch. Kann ein Deutsch-Vörter machen. Oder anybody here who speaks English only. In this case, I will continue talking here in English. Let me know, please. Oh, maybe we should select as well. Fuel on. It may help starting up the engine. There we go. Trim is good. So, the briefing is we taxid to runway one four. It's going to be a short backtrack. We will. Oh, up here. Stupid thing. So, continues. Starting engine number one. Talking French. Yeah, very. You are so funny. I will say, Q in H. You know what Q in H means in German? Well, you know Q in H. Q in H. Q in H. Q in H. In German, if you say Q in H, it means you have a cow and you bat and you asshole. That's why we find it funny. And when and when French pilots request a ayer löffel ayer löffel, huh? No, yes, of course, they're asking for a higher level. Higher, higher level. I'm studying now as well. Higher level. But of course, in German, ayer löffel means is, you know, you have a special, you know, special spoons when you eat boiled eggs so they don't taste funny. So, Lnerv, Vnerv, start completed, flaps, five, trim, check, speed brake, stowed, autobrake, RTO, remove chocks. After start, do list, la la la, all on, connected, connected, off, on, 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 continuous, auto, off, oh, no, auto, and off. Now we are in business, taxi light is on, let's taxi. This is not a pushback position, but it's a turn out position, so we're going to make a right turn and we taxi all the way here. We don't even need to backtrack, do we? A little bit maybe. All right then. We just use power on the left engine. So don't worry about the light situation, we are starting the flight with sunrise, so it's going to get brighter by the minute. The frame rate is nice here. 32, 33, that's a good scenery. Of course, they made it really well. It's complex, but as well running with good frames. Congratulations to whoever made the scenery. I know, this, what is called, Gaia simulations. It was a very nice piece of demonstration software, demo software. course traffic, north shuttle, 33 kilo, departing 1x14 shortly. And somebody said Dave was flying. Let's have a look. Plop, Dave. He's flying, yeah. Athens, Rodos, Athens. He just departed, or what? Let's have a look. We will see shortly by here. Let's first get into the air, and then we can see more. And a lot of sky miles that look like a lot, but they're not. In Belgium, yeah. In Belgium, you should speak either German or Flemish, not French. Oh. We just took off, out of roads, going back to Athens, for a pair of real world 831 flights, that I found. All right. And so I was going to try and do some real world 831 flights. I have to say, I have to stop saying all right, because a black box does it all the time, as a filling word. And I got used to it as well now. All right. again. Landing lights on. Not all right. Runway one four is identified. We have LNAV, VNAV armed. All the photos are armed. Let's go. Elaps time started. And Toga selected. Thrust set. Speed's alive. 80 knots. Check. Back. E1. E1. Rotate. Let's go. Mother's great. We are up. A bit too much pitch here, with 20 degrees. 400. Very light. It's very nice. 1,000. 1,000. Climb front. Selected. Speed check. Flaps one selected. And I say, screw the departure. After we fly direct to the first waypoint on route. Disregard the flight director. Copa, activate direct to, there we go. You can still hear Dave in the background. Speed check, flaps up selected. Autopilot is, command green, LNAV, VNAV speed, that's fine, 250 commanded. And we can select RTO off, sorry, autobrake off, gear off, ignition auto, taxi light off. And the cabin crew can start walking. Let's enjoy the views. Oh, the clouds. The airport is somewhere down there, enjoy it. We are somewhere up there. Above this cloud. Okay, so we are climbing to a level. Standard selected, set. And you know what, shall we fly another shortcut? Direct Scopulos? Yeah, well. Holy holy, how long is this going to take? Okay Skydiva, thanks for checking in. It's still barking here. So, let's see, Dave, he just took off from Rodos to Athens, so he should not be that far away. What's his call sign? Aegean 441. Okay, goodbye. Level 100. Landing lights off. Wing off. Fasten belts off. Enjoy your walk. Why is the door not closed? Shut up. But there's a bug in the sliver, you see, on the right winglet, there is the correct red painting or inbound, inboard, but the left one doesn't have it. But, who cares. Hookers. Using reserve fuel. Yeah, sure, my friend. So, Skiatos. Oh, maybe we should check the weather first, before we select any approach. Let's have a look. LG SK. Hey. 120 at 15. Cavo K. 22. QNH 1010. 1010. We can already preset it here. 1010. And we go back to the FMC, so it's gonna be the runway 19 for landing. And there's no approach. Really? Ah, NDB 19. Yeah, that's what we want. Skopulas. Maybe I should get some charts. Let me organize them. And you all know what I'm going to do. I'm not going to land just like this. After we saw this funny mountain flying yesterday with our... Who was it? Sammy? We will do something similar. Let's see if we can break the Boeing. Approach. Airport. Locate a runway 19. Oh, yeah. Fun, fun, fun. Alright. So. I said alright already. Dammit. Again. L. G. S. K. P. F. We are... Go to the charts directory. Okay. Paste it. And we kill everything else. Goodbye. Oh, yeah. Of course it's in use. So we need to go back to our avitab. Avitab charts. Close it. Go up on the directory. And now we should be able to delete it. Charts. There we go. Oh, we said we climb only 260. We said I'm not... Not 300. So you see we're gonna... I'm gonna route now direct to Skopelos. So let's do this. It's a Skopelos direct. Nice shortcut. And from Skopelos we fly outbound 355 degrees to waypoint Delta 355 Golf. That's at 7 DME. Let's have a look. Skopelos 3, yeah. Skopelos 3 is this point here. And then Delta 355 Golf. Yup. It's good. And then we make a left turn and we go to FQ19 and then runway 19. FQ19 and runway 19. Sounds good. Let's check the altitude. So VUR. Leave the VUR. 4,000 feet. Descent 3,000 at DME3. Descent 2,000 at DME7. And then after DME7 in the left turn we descend 1700 feet. Which as well... It's a... Basically it's almost like a circle to land minimum. We need 5 km of visibility... Of RVR rather. And MDA of 1700. Nav setting we need Skopelos 13.4 and 355. Oh yeah, I can see Aegean 441. He's not that far away from me. Area traffic... North Shuttle 33 kilo. We're climbing level 260. Of course you can't see what I can see. You see... There's a plane not far from us. He's probably here... Three miles to our left at level 300. But we are diverging from course so... There will be no factor. Probably he's part of his crewfight. And I think here I can see Aegean 441. That's probably Dave. That's his gang here. On the way from Rodos to... Athens. Alright... I wanted to have a look here. So... Skiatos... NDB is 326. And we need course 355 and 194. How do we do that? So I put 355 on NAV2 and 194 on NAV1. 355 on NAV1. Where else can you go? One to go checked. One to go checked. 194... 355... And here it says Scopelos 4000 or above. But I will change it to exactly at 4000 feet. And here I want to be at 2000 feet. Because then I have a little of a level of section and I can... It's easier to control speed. It's easier to control speed. Wow here... Mach 81. It's really... Pushing it now. And now we can as well... We can see this guy here on our TCAS. 4000 above. We are at 260. He's at 300. Okay let's continue our briefing. So we said we need minimum 1700. So let's set this here. 1700 feet is our MDA. And because we are doing... How do we... Is it... It's like a circle to land. So we don't need to add 50 feet. If it was a straight in approach. We would add 50 feet to cater for... To make it a decision altitude and not a minimum descent altitude. Because MDA minimum descent means I must...